Hallo meine lieben Freunde, meine lieben Zuschauer, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Gipfelstürmer. Heute geht es um die Live-DVD von Beatrice Egli Kick im Augenblick. Diese kam allerdings schon im März raus, aber ich dachte mir, ich kann sie euch immer noch mal vorstellen, denn damals im März habe ich mich noch nicht um Schlager und Beatrice Egli auf meinen Kanal gekümmert, sondern ausschließlich um Freizeitparks. Ich wünsche euch viel Spaß mit meinem Video über Beatrice Egli und ihre Live-DVD. Im März diesen Jahres ist sie bereits erschienen, Kick im Augenblick, die Live-Tour. Beatrice Egli live zu erleben ist immer ein Erlebnis, vor allem natürlich für Schlagerfans. Ich denke, Heavy Metal-Fans werden da jetzt nicht so ihre Freude dran haben, aber Schlagerfans finden das geil und ich übrigens auch. Und das ist jetzt hier das Booklet von Beatrice Egli Live-DVD. Einmal von vorne zu genießen, hier das offizielle Plakat, glaube ich, zur Tour war das. Und dann die sehr gut aussehende Rückseite von Beatrice Egli. Da kann man wirklich nicht meckern. Hier haben wir die hübsche Schweizerin nochmal wirklich in Action. Und was mir ganz besonders gut gefällt bei diesem Booklet, handschriftlich geschrieben von Frau Egli. Stundenlang saß sie da am Schreibtisch. Ja, eine richtig coole Handschrift hat sie. Na, hier. Was haben wir denn hier noch zu sehen? Ja, hier nochmal in Action, so richtig lässt sie es krachen. Oder hier als Flugkapitänin. Denn man hat ja mit Frau Egli eine Weltreise gebucht mit der Egli-Air. Und bei ihren Konzerten im letzten Jahr ging es von Land zu Land und die Fluggäste hatten wirklich viel Spaß, wie man auf dieser Live-DVD sehen kann. Ich glaube sowieso, Beatrice Egli macht es richtig Spaß, auf der Bühne zu stehen und die Leute zu unterhalten und mitzureisen, Party zu feiern mit denen. Das kann man alles wirklich auf dieser DVD ersehen und live erleben und genießen. Da ist Party von Anfang bis zum Schluss. Auch ein paar ruhigere Töne sind mit dabei. Das gehört ja auch dazu. Hinten sieht man die ganzen Songs, die hier nicht nur gesungen werden, sondern neu arrangiert wurden von Beatrice Egli und ihrem Team. Zum Beispiel Sternenfeuer, ein richtig geiler Party-Titel. Kompass, eine ruhigere Nummer zum Beispiel. Oder als Abschluss, ich liebe die Musik, nochmal was ruhiges. Und ein Song, der exklusiv für die Tour geschrieben wurde von Beatrice Egli. Also ich finde ja so ein Live-DVD ist wirklich immer ganz toll und spitzenmäßig, denn dann kriegt man so richtig mit, wie es abging auf dem Konzert. Und bei Beatrice Egli ging es richtig ab. Die Leute hatten Spaß, die wollten Party machen, ließen es wirklich krachen und sie hatte ja auch immer die ein oder andere Überraschung auf ihren Konzerten. Und das kann man alles live erleben. Gesamtspielzeit über 130 Minuten Beatrice Egli pur in Berlin. Und ich kann es euch nur empfehlen, die DVD jetzt noch zu erwerben. Es lohnt sich vor allem, wenn man ein großer Fan von Frau Egli ist oder überhaupt vom neuen deutschen Schlager. Im neuen Jahr geht sie ja wieder auf Tour. Sie wird auch ein neues Album rausbringen und ich kann nur hoffen, dass da wieder eine Live-DVD rauskommt. Das war ihre erste DVD, also von der Tour. Und wirklich ganz toll aufgenommen, beste Qualität, hochwertige Kameras eingesetzt, Tonqualität auf höchstem Niveau. Also macht richtig Spaß, da reinzuschauen und ist ein tolles Andenken und eine super Erinnerung an die Live-Tour 2016 von Beatrice Egli. Ich war ja leider nicht dabei. Ich war vor 14 Tagen oder drei Wochen in Stuttgart beim Sommer-Open-Air von Beatrice Egli. Und auch dort hat sie es richtig krachen lassen. Man merkt einfach, der Frau macht es Spaß und die Leute gehen mit und es ist echt einfach nur spitze. Und wenn ihr wollt, schaut meine Videos an. In der Infokarte sind sie verlinkt. Das war es jetzt erstmal von Beatrice Egli und von mir und von ihrer Live-DVD vor allem. Ich wünsche euch eine gute Woche und wir sehen uns nächste Woche hoffentlich wieder, dann zu einem Freizeitpark-Video. Bis dann, Servus!